Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von BCS. So, hallo liebe Camper, mach mal Platz hier. Wir haben hier, was ist das, T6 oder wie nennt sich das? Oder T7 oder T9? Nee, ein T6, aber sowas von schwer gehört es da. Warte mal, was hast du gesagt? Der ist sehr schwierig zu bauen. Alleine wegen dem Bussteuergerät für die Batterien. Der Wagen ist nicht einfach. Und dann meint man ja, das Auto hat eine Starterbatterie, ne? Man hat eine Aufbaubatterie. Das Auto hat drei Batterien. Drei Batterien. Und die hinterste ist nochmal abgekoppelt über einen Messschand. Also, wer das Auto baut, dem wünsche ich viel Spaß. Wir haben ihn jetzt fertig, haben auch viele Sachen gefunden, die ganz anders sind. Und diesen T6, der baut nicht jeder. Glaubt mir das, der baut nicht jeder. Und dann baut er ihn vielleicht zweimal. Weil du musst mit dem Steuergerät für die Batterie, für die Heizung aufpassen. Die wird auch gar nicht mitgeladen. Trotzdem sie ja parallel drin sind. Aber wann kommt das Relais und wie haben die das gemacht? Aber wir sind froh, dass wir den guten OBD-Tester haben. Und hätten wir den OBD-Tester nicht, Stefan, wären wir nicht dahinter gekommen. Da wären wir nicht hinter gekommen. Wir haben unseren Hightech-OBD-Tester, hat ja da einer in den Kommentaren bei dem Kollegen geschrieben. 15.000 Euro, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, das kostet ja nur 11. Schlaumeier. Ich wäre froh, wenn er so ein Gerät hätte. Weil, boah, ich kann da immer explodieren. Aber gut, egal. Ja, also der T546 oder wie der heißt, ist fertig. So, hier haben wir Glas-Glas-Module drauf gemacht. Hier kannst du auch drunter schieben, kannst du das offen hier. Hier haben wir noch eine Zwischendose. Hier, da ist ein Zellprotektor drin. Hier haben wir einen Zellprotektor und da ist ein Zellprotektor. So, Montag fahren die, was ist ein Zellprotektor? Das sage ich euch nicht. Ich brauche das. So, ne Stefan, was ist ein Zellprotektor? Wir brauchen das. So, der Wagen ist fast zwei Tage Arbeit gewesen. So viel hat er gar nicht gekriegt. Die Solaranlage, Ladebooster. Heute habe ich mit Stefan heute Morgen mal ein bisschen gespielt. Mich hat das interessiert. 60 Ampere. Was mich schwer beeindruckt hat, was die heute für geile Lichtmaschinen haben. Auf der Einheit haben wir ein bisschen Probleme mit den Lichtmaschinen. Ja. Aber das sind geile Teile, wenn du so willst. Der gibt 60 Ampere. Ich kam dann hier in der Halle, hat er noch gerufen. Die Starterbatterie 14,5 oder 14,4, was du sagst. 14,4, 14,5. Überleg mal. Unter voller Last. Ja. Unter voller Last. Ich sage, Stefan, Stefan, mach mal Fernlicht an. Gestalter mal rum. 14,2. Die Lichtmaschinen sind so potent. Gestern hat der Julian auch einen Film hochgeladen. Er ist ein wichtigen Ladebooster. Gut, sag ich ja auch. Im Campingbereich geht es nicht ohne. Da hast du nur Kacke. Da nützt es ja auch nicht, wenn ich dem jetzt vier Solarplatten drauf mache. Das nützt alle nichts. Ja, die drei Sommermonate, will ich nicht sagen. Aber sobald August, September, da geht das so runter. Und die Leute fahren vom Stellplatz, die Batterien haben 15 Prozent. Jetzt fährt der aber nur drei Stunden. Sind meine Batterien voll. Mit der Solaranlage ist noch nicht mal viertelvoll. Fangt er an zu rechnen. Und das fand ich gut, hat er gestern gesagt. Ja, der Wagen hat drei Batterien. Drei. Und wie gesagt, da haben wir eine dicke Fehlermeldung drin gehabt. Bis wir dahinter gekommen sind. Die Fehlermeldung ging nicht weg. Und wir konnten das Display nicht bedienen. Dann haben wir den OBD angesteckt. Und siehe da, das ist ein geiles Teil. Das ist also echt einfach nur genial. Damit konnten wir löschen. Und damit konnten wir auch den Fehler sehen, was da passiert. Haben wir das geändert, geht sofort. Also, T4, nein, T6. Wie heißt das Ding? Kalifornia oder Ozean? Nee, Kalifornia. Warum da Ozean steht, weiß ich nicht. Steht Ozean, egal. Kalifornia. Der Kunde sagt, er wollte die große Kombi, geht nicht. Wir haben gesagt, irgendwo sind Grenzen. Wo soll ich das hinbauen? Da darf nichts hin, da muss alles so bleiben. So, tun wir dein Köpfchen weg. Also haben wir eine kleine Kombi genommen. 1000. Die haben wir hier um die Ecke gemacht. Du hast nirgendwo Platz. Hier sitzt er, ne? Das ist nur der Wechselrichter, ne? Schalten wir mal ein, den Wechselrichter. Klick. Wechselrichter an. Wechselrichter aus. Wechselrichter an und so weiter. So, unter dem Sitz sitzt der Ladebooster. Und die, ähm, der Ladebooster. Und da drunter sitzt Ladegerät und Solarregler. Ladegerät und Solarregler. Ja, weiter. Das kleine Spielzeug-Ladegerät, was der Wagen hier hat, kann nicht 200 Amperestunden Lithium laden. Das verreckt, das raucht ab. Also haben wir da noch ein 25 Ampere Ladegerät drunter gemacht. Dort drunter sitzt der Solarregler und darunter sitzt der Ladebooster. Und wir haben dem Ladebooster 60 Ampere gegeben, weil es spielt damit. Das ist für den keine Herausforderung, weil die Lichtmaschinen heute wirklich Bums haben. Das war vor, wenn man so ein bisschen zurückrechnet, vier Jahre, waren die Lichtmaschinen viel, viel schwächer. Ja, die ersten Ducatus hatten 130 Ampere, glaube ich. Die haben ja jetzt schon 150 und 180. So, was kann ich da ziehen, wenn das Auto vorne, da ist nichts an, von mir aus die Klimaanlage. Da ist keine Belastung drauf. Auf der Lichtmaschine ist keine große Belastung drauf. Die hat aber auch 180 Ampere. Da kann ich doch 60 ziehen. Ja, hat ja ein Sensor alles dran. Der könnte im Stau reinfahren, von mir aus 35 Grad draußen. Und die Lichtmaschine erwärmt sich stark. Schalten wir hier ab. Und wir takten runter. Wir takten ganz schnell die Spannung runter. Das funktioniert alles tadellos. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr schönes Auto. Wirklich. Ich habe ja auch, ich fahre ja privat eine V-Klasse. Mit meinen Rennwagen komme ich ja nie. Da habe ich auch nie Zeit für. Dafür fahre ich lieber meine V-Klasse. Ich habe so einen wirklich schönen Luxusbus, könnte man sagen. Und fahre ich auch am liebsten. Ich fahre am liebsten mit meiner V-Klasse. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das ist gerade eine Riesenliste, wie wir das alle da reingepackt haben. So, jetzt ist er fertig. Zwei volle Tage. Zwei volle Tage. Teilweise zwischen zwei und drei Leute. Wisst ihr mal Bescheid. Liebe Camper, so sieht das aus. Ein T6 zu bauen mit diesen Steuergeräten ist nicht einfach. Wie gesagt, der Wagen hat ab Werk drei Batterien. Aber nicht eine Starter und zwei Aufbau. Eine ist separat für die Standheizung. Und da muss man eingreifen in ein Management System, dass man das so beibehält. Es könnte sein, dass die Heizung, die Batterie von der Heizung leer ist. Dann geht beim Auto der Kühlschrank weiter. Weil die dann wieder getrennt sind. Haben sie ganz kompliziert gemacht. Gut. Wir haben es eigentlich fertig. Ich habe den schon dritten Mal. Ich glaube, Florian, dass ich nichts Falsches sagte. Das ist das dritte Mal oder vierte Mal schon. Der rote weiß ich von ... Der rote, dann für die Mädel ... Ich glaube drei oder vier. Schwieriges Auto. Liebe Camper ... Liebe Camper, bleib lieb. Wie gesagt, tolles Auto, aber ganz schwierig. Daumen hoch.